Hans-Jörg Jenewein von der FPÖ ist nun an Bord. Mit dem Errichtungsgesetz, das wir heute beschließen, ist es erstmals möglich, dass die Rechtsberatung in Asyl- und fremdenrechtlichen Verfahren und die Rückkehrberatung objektiviert wird. Wie war das in der Vergangenheit? In der Vergangenheit waren da verschiedenste Einrichtungen, privatwirtschaftlich organisierte Einrichtungen daran beteiligt. Und man hatte schon oftmals den Eindruck, dass es hier gar nicht um Rückkehrberatung geht. Man hatte hier meistens den Eindruck, dass es eigentlich um eine Beratung geht, dieses Asylverfahren so lang wie möglich in die Länge zu ziehen, um im Endeffekt einen Aufenthaltsstatus doch noch irgendwie zu bekommen. Warum hat man diesen Weg früher gewählt? Das war ganz klar, weil natürlich jeder Asylwerber, der in dieser Beratungssituation so einer NGO war, bares Geld bedeutet hat für diese Vereine. Und man muss natürlich schon auch konstatieren, dass gerade jene Bereiche, die von Grünen, die von SPÖ-nahen Vereinen hier beraten wurden, natürlich auch ein Versorgungsheim für Soziologen, für Pädagogen, für Sozialarbeiter, für Politologen und für sonstige Sozialwissenschaftler war, wo man halt Leute wirtschaftlich auch versorgen konnte. Mit diesem Unwesen wird jetzt Schluss gemacht, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mit diesem Unwesen wird Schluss gemacht. Ich möchte nur daran erinnern, ich möchte nur daran erinnern, dass das natürlich das, was ich sage, ich belege das ja alles, so ist es ja nicht, ich belege das ja auch. Ich darf nur daran erinnern, im Jahr 2015 hat das sogenannte Südwind-Magazin, vielleicht kennen es da einige, es ist jetzt so wichtig, das zu kennen, aber ich möchte es Ihnen nur zur Kenntnis bringen. Das Südwind-Magazin in seiner Ausgabe 6.2015 einen Vier-Punkte-Plan quasi dargelegt, wie es möglich ist, Abschiebungen bestmöglich zu verhindern. Wo dann im letzten Satz drinnen steht, dass ja der Pilot ab dem Zeitpunkt, wo die Flugzeugtüre geschlossen wird, ja der Pilot schlussendlich darüber entscheidet, ob jemand mitgenommen werden kann oder ob jemand nicht mitgenommen wird. Man braucht also nur laut genug schreien, damit man dann im Endeffekt eine Abschiebung verhindert. Auch das war eine Beratung von einem Magazin, aber das war eine Beratung, wie sie teilweise von NGOs gekommen ist, wo man einfach versucht hat, den Rechtsstaat in die Länge zu ziehen, auszureizen, bis an die Möglichkeiten zu gehen. Und ich bin frohen Mutes, dass wir jetzt mit der neuen Agentur, die heute begründet wird, dass wir diese Unsitten und dass wir diese Dummheiten endlich beenden. Und ich möchte, ich stehe hier nicht daran, mich auch beim Innenminister für diese Initiative zu bedanken, weil ich bin der Ansicht, dass das ein ganz ein wesentlicher Schritt in Richtung Rechtsstaatlichkeit, aber auch in Richtung Rechtssicherheit ist. Und wir haben oft hier Gesetzesmaterien, die in ihrer Komplexität und in ihrer Auswirkung erst Monate oder Jahre später greifbar oder begreifbar werden, weil es einfach so lange dauert, bis sich gewisse Systeme verändert. Hier haben wir heute wirklich ein Gesetz, das liegt am Tisch, das zeigt eine konkrete Veränderung, es zeigt eine konkrete Veränderung zum Positiven. Und ich freue mich sehr und ich freue mich auch, dass wir hier mit schöner Mehrheit diesem Gesetz hier zustimmen und dass diese Bundesregierung zeigt, dass einfach die Interessen der eigenen Bevölkerung wichtiger sind, als das in der Vergangenheit mitunter der Fall war. Die Flüchtlingsbetreuung durch NGOs hat in der Vergangenheit viele Problemfelder geschaffen. Mit diesem Unwesen wird nun durch die Bundesbetreuungsagentur Schluss gemacht.